Willkommen zu diesem Video zum Upgrade von R-WTH Moodle auf Moodle 4.1. Das Upgrade der Lernplattform auf die neue Moodle-Version wirkt sich vor allem auf das User-Interface aus. Dieses wird klarer und intuitiver. Gleichzeitig rücken einige Navigationselemente an andere Stellen im System. Zudem kommen neue Funktionen hinzu, insbesondere eine Benachrichtigungsfunktion für Änderungen an Aktivitäten. In diesem Video geben wir dir eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen. Wie bisher erreichst du R-WTH Moodle über die Webadresse moodle.rwth-aachen.de Die neu gestaltete Startseite reduziert die Menge der Informationen auf das Nötigste und rückt den Login in den Fokus. Logge dich hier mit deinem R-WTH-Benutzernamen über Login via R-WTH Single Sign-On ein. Nach dem Login gelangst du auf das Dashboard. Hier sind einige Blöcke mit wichtigen Informationen hinzugekommen. Die Zeitleiste zeigt dir bevorstehende Deadlines zu einer Vielzahl von Aktivitäten an. Letzte Badges listet deine zuletzt erworbenen Badges auf. News informiert dich über wichtige Änderungen am System, wie zum Beispiel neu eingeführte Plugins. In den hilfreichen Links findest du unter anderem Informationen zu Urheberrecht und Barrierefreiheit in R-WTH Moodle. Du kannst das Dashboard auch bearbeiten und an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen, indem du Blöcke hinzufügst, verschiebst oder entfernst. Das Dashboard hat in Moodle 4.1 seinen eigenen Reiter in der Top-Leiste, sodass du von jedem Lernraum aus schnell hierhin zurück wechseln kannst. Direkt neben dem Dashboard findest du in der Top-Leiste den neuen Reiter Meine Kurse. Hier siehst du die Liste aller Lernräume, zu denen du Zugang hast. Du kannst die Liste nach bestimmten Kriterien filtern, Kurse als Favoriten markieren oder aus der Ansicht entfernen, um die Zahl der Einträge zu reduzieren. Zudem siehst du hier den Bearbeitungsstand basierend auf den bereits abgeschlossenen Aktivitäten. Diese Information ist allerdings nur dann aussagekräftig, wenn die Aktivitätsabschlüsse bewusst eingesetzt werden. Nun schauen wir uns genauer an, was sich in den Lernraum verändert hat. Die Kursseite ist wie bisher in drei Bereiche aufgeteilt. Die linke Seitenleiste hat allerdings ihre Funktion verändert. Sie ist nun ein Kursindex, der alle Abschnitte und die darin enthaltenen Aktivitäten und Materialien auflistet. Zudem wird farblich markiert, ob eine Aktivität bereits abgeschlossen wurde. Die bisher links untergebrachten Navigationselemente wurden in einer neuen, mittig angeordneten Menüleiste platziert. Hier findest du die Teilnehmendenliste, die Bewertungen, die Zugriffsstatistiken und das Downloadcenter. Mögliche weitere Elemente sind unter Mehr zusammengefasst. Eine weitere Änderung betrifft das Kursformat. Im Standardthemenformat lassen sich die Abschnitte ab sofort ein- und ausklappen, entweder einzeln oder alle auf einmal. Falls ein Lernraum das Einthemenformat nutzt, bleibt dessen Reiterstruktur erhalten. Sie erscheint unterhalb der horizontalen Menüleiste. Die früher links in der Seitenleiste befindliche Option, sich innerhalb eines Lernraums aller Aktivitäten eines bestimmten Typs anzeigen zu lassen, also zum Beispiel alle Aufgaben, alle Tests oder alle Arbeitsmaterialien, ist in Moodle 4.1 standardmäßig nicht mehr vorhanden. Lehrende können aber einen Block Aktivitäten in der rechten Blockleiste hinzufügen, der diese Informationen zeigt. Die rechte Blockleiste kann nun ebenfalls ein- und ausgeklappt werden und besitzt eine eigene Scrollleiste. Die bisher verfügbaren Aktivitäten bleiben erhalten. Sie besitzen aber neue Icons. Zudem sind sie nach fünf Farben geordnet, die Sie in die Kategorien Bewertung, Kommunikation, Kollaboration, Material und Administration einteilen. Die Aktivitäten selbst wurden nur geringfügig geändert. Für Studierende ist besonders die neue Option interessant, die Teilnehmenden über Änderungen an bestehenden Aktivitäten und Materialien zu informieren. Lehrende müssen dazu vor dem Speichern einer Änderung die Checkbox Benachrichtigungen über Inhaltsänderungen auswählen. Damit du eine Benachrichtigung erhältst, muss zudem in deinen persönlichen Einstellungen zu Systemnachrichten die Option Systemnachricht bei Kursinhaltsänderungen aktiviert sein. Weitere Informationen zum Upgrade auf Moodle 4.1 findest du auf unserer Informationsseite itc.rwth-achen.de slash moodle-upgrade Die Seite wird regelmäßig aktualisiert, um dich über alle Änderungen auf dem Laufenden zu halten. Unsere Anleitungen werden in den nächsten Wochen ebenfalls aktualisiert und neu bebildert. Solltest du noch Fragen zum Upgrade von RWTH Moodle haben, wende dich bitte an das IT-Service-Desk. Wir helfen dir gerne weiter. Wir helfen dir gerne weiter. Wir helfen dir gerne weiter. Vielen Dank.